Der Osterspaziergang ist bekannt geworden durch Goethes Dichtung. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlingsholden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück, so dichtet Goethe in seinem Faust. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige schauerkörnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes, überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben, doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um von diesen Höhen nach der Stadt zurück zu sehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur sieh, wie behennt sich die Menge, durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluß in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt, und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel, zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. Doch dieser Brauch des Osterspaziergangs hat einen religiösen Hintergrund. Der Osterspaziergang hat seinen Ursprung im Gang der Jünger von Jerusalem nach Emmaus. Lukas berichtet, dass die Jünger den Schilderungen über die Auferstehung Jesu von Maria Magdalena nicht glauben wollten, worauf zwei von ihnen nach Emmaus aufbrachen. Auf dem Weg dorthin begegnete ihnen ein Fremder, mit dem sie über die Auferstehung diskutierten. Als der Fremde zum Abendessen das Brot brach, erkannten die Jünger in ihm den Auferstandenen. Dieser Emmausgang der ungläubigen Jünger war ursprünglich von Gesang und Gebet begleitet. Mit der Zeit wandelte sich dieser Weg der Glaubensfindung dann zum Osterspaziergang, für die ganze Familie. Im 20. Jahrhundert bekam der Osterspaziergang neben dem Flanieren in der Natur auch eine politische Dimension, die Ostermärsche, als Zeichen der Friedensbewegung zur Osterzeit, begannen um 1960. Lieber Vielen Dank.